ARD Text im Auftrag von Funk Nein Ah Ready So Oh ich seh dich Jetzt bin ich mal gespannt Ich hab coole Schuhe Du hast coole Schuhe Wo hast denn die Schuhe schon wieder her Ich hab coole Schuhe Underwater Boots Unbreakable Peach Unbreakable Hä? Kann man damit was machen? Ich hab gedacht man kann mit denen über Wasser laufen Ne ne ist was anderes Aber Kannst Meinst du nicht du kannst Pisten tragen? Ne nur verschieben Aber die kann ich nicht verschieben Oh Mach mal dein Pfannenwender Ding Moment ich gucke gerade Hier sieht es echt aus als würde es hier viele Sachen geben Pfannenwender Äh Äh Das war vielleicht keine so gute Idee Äh Die kann man rein Die gibt's Luft Wir haben ein kleines Problemchen Obwohl Aber noch gar nicht ganz hinten im Gang Ja Aber wobei wir sind ja relativ schnell Ja Und wir sind ja unendlich Also Wasser Also trinken Also wir können dich ja trinken Achso das können wir nicht Durch die Boots Aber ich gehe noch mal in den Gang zurück Weil es könnte vielleicht eventuell theoretisch sein Ach hier ist das Ziel Siehste Und deswegen Gehe ich hier noch Gucken Ob es hier irgendwelche Kisten gibt Und ich sehe mal gar nichts Oh unter Wasser ist das mit der Brille richtig kacke eh Ja ich sehe auch kaum was Mal gucken kann ich nochmal einstellen Äh Ja Brightness So Sieht doch schon mal nicht schlecht aus Kannst du was mit denen hier was machen? Was? Hier? Achso ne Ist egal Nö Weil ich sehe Was kannst du jetzt mit deinem neuen Stock machen? Ich kann hochklettern Ähm Hier ist ne Kiste Oh Hast du die schon gesehen? Oh Oh Hier unten Wo bist du? Ganz unten Ganz unten Wo? Ich bin genau unter dir Ne? Ah Na hier habe ich noch nicht gesehen was da drin Ähm Coint und zwei Läden Ehm Ehm Da hinten ist auch ne Kiste Kannst du die Kannst du die verschieben? Oder kannst du die Kiste hier nach drüben packen? Warte kurz ich muss mal gucken Warte kurz ich muss mal gucken Okay Hast du ein Item dafür? Ne deswegen ja Da war über an einer Seite ein Knopf da musste ich draus drücken und da musste ich es in die Richtung schieben wo ich es haben wollte Kannst du sie da irgendwie hoch? Ne genau das meinte ich auch Du vielleicht nicht den hier hinschieben kannst Achso Ne das ging nicht Ich muss auf den Knopf drücken dann kann ich es erst verschieben Hm Komisch Was passiert wenn du den Knopf aktivierst? Mh mach ich mal Äh wie im Moment wie sieht es denn da drüben aus? Und mhm hi Velvet Ähm waren wir schon da drüben? Wo? Äh da ging es ja auch weiter Wo? Äh den Gang durch Und hier Hä? Ne hier ist nichts Ich meine da wo ich mal wo wir meinten oh da sind wir dort lang gegangen Hm Ich gebe erstmal da lang Moment Weil da sah es aus als könnte man auch bis nach oben ja Los Schneller nach oben So gibt es Oh Ja doch hier wo du meintest Das Der Ausgang ist Stimmt Da war was Ok ich habe nichts gesagt Zumindest haben wir schon mal einen Coin Hm gut ich werde mal äh Zaubern Genau Ich benutze mal mein Ding mein magisches Oh Und hinterher Ach ne Guck mal da unten ist jetzt was Jetzt können wir eine Etage tiefer Und jetzt kann ich vielleicht da drüben das Ding verschieben Hm Was für ein Ding Da war was zu verschieben? Ah Ich müsste theoretisch eigentlich wenn das Wasser steht oben Die Dinger verschieben aber ich weiß immer noch nicht so ganz wie das funktioniert mit den Dingern Hm Ich habe halt auch kein Tool oder so bekommen da stand halt wenn ich auf dem Knopf drücke kann ich das verschieben Und wenn du da dran haust? Ne habe ich schon probiert Und mit dein Tool? Nö Hm Das ist denn komisch Ne Huiiii Hm das ist der Name richtig kacke gerade Und das ist nicht so wirklich funktioniert Hm Oder weiß nicht wie das funktioniert Mach nochmal Ok Oh jetzt gehts wieder hoch Ok Ah guck mal Was entdeckt Oh Doch Ah machs jetzt mal runter Äh Moment Hm Hast du was entdeckt? Ich will was ausprobieren Ok Gleich wieder da Weil ich habe da unten jetzt was entdeckt Da konnte man irgendwie lang schwimmen Da sind irgendwie ganz viele Kisten Aber mit denen kann man nichts zu machen Ich kann da später garantiert was machen Äh So Klick klick Wieder runter Ja So Oh Jetzt kannst du hier was ändern Wunderbar Ok Hä Warte kurz Wo bist du reingegangen gerade eben? Da drüben? Ne Unten Wo 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 wo? Hier geradeaus zu? Äh ja Ja Dann kannst du mal probieren Dann kannst du mal probieren das Wasser noch eine Etage tiefer zu machen irgendwie Genau die Dinge hier Oh nein du musst es eine Etage höher machen kurz ich komme da jetzt gerade nicht durch Ne ne das ist genau das äh genau das ist ja geblockt Aha Da musst du es irgendwie probieren eine Etage tiefer noch zu machen damit wir da rein können Ok und was Ich habe jetzt auf jeden Fall da drüben was freigeschalten da kannst du jetzt mal reingehen und da hoch hüpfen da kannst du nämlich was mit der Deinen Zauber Veranbraten Veranbraten wenn da da nochmal was tun Ah Guck mal ja ich sehe es äh wie hast du das runtergekriegt Ja so wie ich gesagt habe nur ging es gerade eben nicht weil ich halt nicht rankam Der Knopf ist immer oben auf der Kiste drauf und ich muss halt den Knopf oben drücken damit ich es verschieben kann Ah ok Ich mach mein Ding Hat es geklappt? Ja warte kurz So jetzt mach es nochmal einmal hoch bitte Gott dann wird erstmal wieder nach unten Ich will nicht Auch nur einmal hoch ne Einmal hoch Ich bin so Tode quetscht Ich weiß auch nicht wie ich einmal hoch machen kann ich kann das hier versuchen Ja mach einfach mal Ich hoffe mal dass ich jetzt nicht sterbe Okay tschüss Okay tschüss No Aua Ja gut Also das Ding macht komplett hoch genau wie das da unten Aber ich weiß nicht wie ich nur einmal machen kann Ich konnte ja noch irgendwo ne sache ändern Ja genau hier war das Hier gibt es glaube ich ne Äh Muss noch irgendwo sein Ich weiß nicht genau nicht wo das war Hier oder? Da 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 muss man noch weiter nach oben Oder woanders lang Ah guck mal hier kann man auch Moment Ich hab dann die Idee Da 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 Moment Schafft man den Sprung? Ich schaffe ihn nicht du musstest ihn schaffen Ja ich meine Ob ich den Schaffe Du musstest den schaffen Okay habe ich Ich hab ne Kiste entdeckt Cool Okay Zwei von drei Kannst du das Wasser nochmal komplett nach unten lassen? Hm Nur stückchenweise Ja das ist ja nicht das Problem Okay Zack Zack Ich kann es nochmal drücken Ich glaub dann steigt es aber nur wieder oder? Aber Anmesslich kann ja nicht zaubern Ne passiert nichts Aber Ne mach du nochmal deine Sache Also da wo du freigeschaltet hast jetzt Kannst du dir aussuchen Weil ich glaube Das wo du freigeschaltet hast ist ne andere Sache Wobei das ging ja vorhin nicht Ne 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 warte mal kurz nochmal Wo wollte ich rein Das ist nicht das Warte mal ganz kurz ich muss mal kurz gucken welche Höhle ich noch wollte ich Meiner Meinung nach gab es noch eine wo ich was ändern kann Ich weiß aber nicht mehr wo Das ist keine Höhle Sondern das war Hier Über uns War noch eins Probieren wir das nochmal mit den Kisten hier Welche? Mit den großen? Mal nochmal ganz nach unten Hallo Und nach unten teste ich mal und Hi Andi Ich mach das was Hallo Mensch Ich mach das was du gerade freigeschaltet hast Ja mach mal Mach das gerade So dann will ich jetzt mal kurz gucken was wir jetzt Wie tief das jetzt ist Das ist jetzt komplett weg Komplett unten Kommst du von da Da drüben ran? Eigentlich theoretisch eventuell mit Glück und fuchsisches Geschick Weil da musst du nochmal komplett alles voll machen weil ich jetzt runter gegangen bin und dann müssen wir das mal so machen dass du da drauf drückst Drück jetzt hier drauf Ja drück mal drauf Aber ich kann jetzt sein dass ich nicht schnell genug bin weil ich jetzt runter gefallen bin vorhin Okay Also ich konnte nur um eins höher machen Kannst du es nochmal um eins höher machen? Du müsstest jetzt einen suchen der rot umrandet ist Rot Ach Gott Okay Ich hab ne Idee Moment Habs gleich Moment Ja kein Problem Das ist Zeit Fall nicht Hier ist eins mit rot umrandet Ich drück Okay dann mach mal hoch Hä woher weißt du das mit den rot umrandet? Das sah gut aus So ich bin jetzt auf der nächsten Etage Gucken wir mal Dann bräuchte ich jetzt aber blau umrandet Ähhhhhhhhh Ähhhhhhhhh Blau umrandet Internüs glaube ich das was du dahinten freigeschaltet hast glaube ich Oder einmal komplett hoch je nachdem was du dir halt Ich guck mal Ich guck mal was geht Und wenn es blau umrandet ist dann hast du Ne es ist grün Ich weiß halt nicht wo grün ist Aber machs mal Okay Dann gehts runter auf jeden Fall Runter? Oh ne ich brauch hoch Okay Mh 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 Dann Muss ich da lang Ähhhhh Blau ist aber Maximum Ja ich muss halt nach ganz oben jetzt grad Mh Das einzige was ich machen kann ist runter und dann wieder hoch Geht das? Ja so wie du halt möchtest ich muss nur hoch oben Ja gut Denn dann mach ich erst runter und dann wieder hoch Ja Mach das mal du Los Mach was Mh 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 So Runter mit dir Dann müsste das blaue hier unten sein Hä immer noch nicht Äh Bist du blau? I'm blue Ich hab blau gefunden So Geht wieder Da kommt das Wasser Und äh achte drauf Und dass vielleicht hier was spezielles noch geben könnte Kisten Ja Nein Kiste Worum bist du weg? Ja bei mir ist die genau vor mir Ah ok Hi Hallo Jonas ist hier Und jetzt? Weiß ich nicht so Ah Moment mit diesem Ding können wir jetzt bestimmt was machen Was denn mit dem Ding? Na das was du hier runter geschubst hast Na ich kann es jetzt nur nicht mehr bewegen Ja deswegen meine ich ja vielleicht scheitert das jetzt was Ei Wo wir denn hoch kommen Ich mach mal das Ding weiter runter Warte mal kurz lass es nochmal erstmal so ich will nochmal ganz kurz was gucken Ja Kannst du runter machen Ok Geil Na okay vielleicht komplett runter? Ja Mach mal komplett runter Auf 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 Weinkollen Aber den gibst du bestimmt auch auf der anderen Seite weil du meinst ja dass man da was machen kann Ja Wir müssen einmal auf die grüne Ebene runter Ja mach ich Wunderbar Bin grad am gucken wo man vielleicht noch was finden kann Nein! Oh Gott Da bewegt dich doch in die Richtung Da bewegt dich doch in die Richtung Ja